wir sind wieder ganz kreativ heute die lotta die ist schon schwer beschäftigt die malt nämlich schwarze rote käfer wir haben aus dem atelier haben wir uns den mal kasten geholt und haben aus so holz resten hatten wir die idee die anzumalen und käfer draus zu basteln ich gehe mal ich gehe mal zur fensterbank und da seht ihr jetzt schon ganz viele unterschiedliche unterschiedlich angemalte holzstückchen und später werden da noch beinchen dran geklebt und dann haben wir ganz tolle kiefer zum spielen viel spaß beim nachbasteln